Opoyunubinu. Herzlich willkommen heißt dies auf Kumam, einer der etwa 50 Sprachen, die hier in Uganda gesprochen werden. Mein Name ist Silke Krause und im Mai feiere ich bereits mein fünfjähriges Jubiläum als Produktmanagerin bei Taruk International. Vorher habe ich knapp zwei Jahre in Madagaskar und gut vier Jahre in Benin gelebt und als Tourismusberaterin gearbeitet. Und mit Uganda in östlichen Afrika schließt sich für mich sozusagen ein Kreis. Seitdem ich vor vielen Jahren den Film Gorillas im Nebel gesehen habe, nachdem diese Reise ja auch benannt wurde, habe ich den Wunsch gehegt, einmal im Leben möchte ich Berggorillas in Faya Wildbahn erleben. Und jetzt endlich hat sich die Gelegenheit für mich ergeben und gemeinsam mit einer Taruk-Gruppe bin ich in Uganda unterwegs. Hallo, ich bin Julius Ejadu und arbeite hier in Uganda für Taruk seit acht Jahren. Uganda ist ein sehr, sehr schönes Land. Es gibt hier Gorillas, zum Beispiel Schimpansen und andere Primaten, die auch nicht gut bekannt sind. Andere Tiere sowie Elefanten, Giraffen, Flusspferde gibt es sehr, sehr, sehr viel auch hier in Uganda. Die Pischpferden oder Safaris im Park sind sehr, sehr schön und die sind meine Lieblingsaktivitäten. Die Bootspferde sind auch unglaublich schön. Die Landschaft in Uganda ist wunderbar. Die Leute, die Vögeln mögen, das ist auch hier zum Beispiel in Queen Elizabeth gibt es über 612 verschiedene Vögelarten. Also es ist ein Paradies hier. Besonders haben wir auf Programm zum Beispiel sehr, sehr schöne Leute genommen. Das ist ja schön mit einem guten Ausblick. Die Leute sind sehr, sehr nett. Das macht alles auch sehr schön. Die Kultur, wir haben viele, viele verschiedene Stämme und Kultur und Traditionen sind auch sehr, sehr schön. Hallo, gerade sind wir zurück von unserer Gorilla-Tour. Es war fantastisch. Es ist natürlich etwas anstrengend, obwohl wir das große Glück hatten, die Mishaya-Gruz zu besuchen. Eine Gruppe von elf Individuen, die etwa in dem Moment eine Gehstunde entfernt war, wobei es trotzdem auch etwas bergauf gegangen ist. Es war sehr steil bergauf, wenn man es ehrlich sagt und teilweise auch sehr glatt und rutschig war. Aber die Mühen haben sich wirklich gelohnt. Wir haben als erstes den Silberrücken Tinfeld gesehen und danach noch andere Gorillas mit auch Babys. Und es war einfach so ein tolles Bild in diesem wunderschönen Wald. Es war gigantisch und ich bin so froh, dass ich das erleben durfte. Dannuro feedback. Dannérien wir nichts. Dannérien wir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020